Sehr schön, wir sind wieder Ezio Ich kann mich gerade irgendwie nicht Wieso kann ich mich jetzt nicht vorwärts bewegen, nur mal so als dumme Frage Ja, er bewegt sich, aber er kann gerade nicht gerade ausspringen Ja, hab ich doch gedrückt Ach, jetzt funktioniert's, okay Gut Ich frage mich immer, warum das erst noch ein paar Sekunden funktioniert, obwohl ich eigentlich richtig gedrückt Gedrückt habe Ezio Mach jetzt hier keinen Scheiß, ja? Wir wollen hier ganz normal nach oben Und weiterlaufen Kann ich wohl Oh, das hat gesessen Okay, Ezio weist uns Ähm, Ezio, Alter, ihr weist uns den Weg Ich hoffe mal, es wird ein bisschen erklärt Warum wir Alter, ihr sehen Okay Wenn das Ganze jetzt hier am Anfang bisschen verpeilt vorangeht, dann wisst ihr ja woran geht das liegt ich bin ein bisschen die verpeilt wie immer lässt du mich mal okay ab wann kann ich irgendwie krass so kommt reich mal an hier gut alte ihr dann lauf voraus und sagt mir wo ich hin muss hier hoch okay ja ec ist ja auch schon ganz schön in die jahre gekommen mitte 50 so 55 soll etio sein und es erstens kredi revelations soll das letzte abenteuer von etio sein das letzte abenteuer mit etio ich finde auch ist es gut so da wir ist das kürz 2 hatten mit etio wir hatten es erstens kred brotherhood und jetzt haben wir es erstens kredi revelations ich finde das ist genug 2012 soll dann der letzte es erstens kredi erscheinen wird ja immer noch spekuliert wo der stattfindet das nicht aber ich kann nicht von hinten erstechen wohin hierhin gut ich mach's ich mach's alter ihr mal nach und spring ein bisschen schräg so komm wohin gut ich frag mich jetzt auch woher der wusste dass er da unbeschadet rauskommt was ein temper mit einem konter attentat eliminieren okay moment ich muss jetzt schon hier landen jo hier bin ich richtig und du noch weg dann steht hier drüben noch irgendwo einer den möchte ich natürlich auch noch heimlich eliminieren und dich natürlich auch noch verschont mich bitte ich bin nur arbeiter ich habe familie welche arbeit verrichtet ihr meistens graben es dauerte ein jahr diese kammer zu finden und seit gut drei monaten versuche ich diese tür zu durchbrechen ihr seid noch nicht weit gekommen ich hinterlasse keinen kratzer dieser stein ist härter als stahl das wird nichts werden diese tür macht überschätze weit wertvoller als alles gold der welt das sind schlüssel löcher wo sind die schlüssel die templer fanden einen unter dem palast des osmanischen sultans bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines buch behilflich sein welches buch ein tagebuch oder so der hässliche hauptmann er hat es bei sich wohin er auch geht geht heim sucht euch eine ehrliche arbeit ich würde gern von hier verschwinden aber diese männer sie töten mich wenn ich gehe packt eure sachen eine art tagebuch ein geheimnisvolles tagebuch hat die templer nach massiv geführt finden sie den hauptmann der templer und nehmen sie es ihm ab volle synchronisation die verfolgung darf nicht scheitern gut ich habe auch in der sessenskirche brotherhood natürlich versucht immer so 100 prozent synchronisation zu kriegen ist mir manchmal gelungen nicht oft aber ich versuche es so oft wie möglich die 100 prozent zu kriegen gut finden und beschaffen haben wir eigentlich schon das adler auge irgendwie noch nicht okay wird das wahrscheinlich auch noch ich glaube dass es jetzt hier so mehr der assassine darf dieses buch nicht in die finger bekommen sobald wir leandros erreichen werden wir ihn aus dem dorf heraus eskortieren ihr bleibt zurück und sorgt dafür dass wir nicht verfolgt werden den hauptmann der templer finden und das tagebuch beschaffen ähm moment darf ich jetzt eigentlich gesehen werden oder nicht steht jetzt nichts da ich weiß jetzt nicht ich kann es mal versuchen und scheiterten die patrouillieren hier immer auf und ab was haben wir denn hier so mal gucken uns jetzt mal ein bisschen um und sehen ob wir hier so schon mal nicht irgendwie merkt man dass jetzt hier ein bisschen älter geworden ist mit seinen geräuschen hier so was kommst du da nicht hoch laufen die eigentlich immer hier rum ich schätze mal ich muss da hoch weil durchs tor komme ich nicht mehr achso da steht da dabei wahrscheinlich dann okay und so gut man kann auch einfach auf die karte gucken das mache ich irgendwie so selten und suchen wir dann immer einen weg obwohl es immer oh 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 geh weg geh weg geh weg obwohl es einem immer angezeigt wird wo man hin muss haut ab da kann er sich nicht festhalten ach wie komme ich jetzt an euch vorbei ihr pfeifen er guckt ja dann ihr lauft ja nur bis hier hin und guckt mich dann an oder ja ne er kommt nicht hoch gut ich versuch's mal oder kann er zu ja das das geht schief das geht schief ich hab zu spät geschalten okay ich darf auf jeden Fall gesehen werden aber ich versuch's nochmal aber ich glaub das funktioniert nicht komm 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 kommt komm 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 mach sehr schön ... sehr schön sehr schön ach Leute müsst ihr mir jetzt wieder nach dem Nerv gehen ja man hätte es schaffen können ohne gesehen zu werden Hätte ich da schneller geschalten Dann wäre ich da hochgekommen Ohne dass sie mich noch entdeckt hätten So Etius Fallschirm benutzen um das Dorf zu erreichen Nach vorn springen und beim Sturz Fähig drücken Okay ich hätte vielleicht ein bisschen Später, also wenn sie Fallschirm benutzen Drücken sie Firk und Gegner Unter ihnen zu eliminieren Aber dazu muss ich erstmal zu den Gegnern kommen Aber ich möchte eigentlich jetzt hier so ein bisschen auf dem Dach landen Die Templer sammeln sich im Dorf Verfolgen sie mindestens einen von ihnen Bis zu seinem Ziel Also darf ich die anderen töten Ich glaube das wäre nicht so schlau Aber mal gucken Ich hoffe ich kriege das jetzt hin Und scheitere jetzt nicht gleich Hier am Anfang Versprechen kann ich natürlich nichts Aber wir haben eigentlich Schon mit dem Fallschirm sind wir schon gut gelandet Auf dem Dach gelandet Das heißt Dass wir hier schon mal gute Chancen haben Über das Dach zu Oh shit Ja das stimmt Wenn ich mich hier noch richtig erinnere Wie ich hier laufen kann Das ist ja schon ein bisschen länger her Dass ich jetzt Assassin's Creed 1 gespielt habe Übrigens auch hier in dieser Ich habe die Collectors Edition Ich weiß nicht ob es beim Normalen auch enthalten ist Hat man ja die komplette Vollversion von Assassin's Creed 1 drauf So Wo sind sie dann Wir gehen erstmal Volle Synchronisation erreicht Das freut mich doch So jetzt können wir uns nochmal Ezio Genauer ansehen Also man merkt schon Er ist richtig in die Jahre gekommen Aber Trotzdem noch Sehr fit für sein Alter Jo Hier bin ich richtig Du noch weg Dann steht hier drüben noch irgendwo einer Den möchte ich natürlich auch noch Heimlich eliminieren Und Dich natürlich auch noch Verschont mich bitte Ich bin nur Arbeiter Ich habe Familie Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben Es dauerte ein Jahr Diese Kammer zu finden Und seit gut drei Monaten Versuche ich Diese Tür zu durchbrechen Ihr seid noch nicht weit gekommen Ich hinterlasse keinen Kratzer Dieser Stein ist härter als Stahl Das wird nichts werden Diese Tür wacht über Schätze Weit wertvoller als alles Gold der Welt Ah Ihr meint Edelsteine Das sind Schlüssellöcher Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des Osmanischen Sultans Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein Welches Buch? Ein Tagebuch oder so Der hässliche Hauptmann Er hat es bei sich Wohin er auch geht Geht heim Sucht euch eine ehrliche Arbeit Oh ich würde gern von hier verschwinden Aber diese Männer Sie töten mich wenn ich gehe Packt eure Sachen Eine Art Tagebuch Eine Art Tagebuch Ein geheimnisvolles Tagebuch Hat die Templer nach Masjiv geführt Finden sie den Hauptmann der Templer Und nehmen sie es ihm ab Volle Synchronisation Die Verfolgung darf nicht scheitern Gut Ich habe auch in Assassin's Creed Brotherhood natürlich versucht Immer So 100% Synchronisation zu kriegen Ist mir manchmal gelungen Nicht oft Aber ich versuche es So oft wie möglich die 100% zu kriegen Gut Finden und Beschaffen Haben wir eigentlich schon das Adlerauge? Ne Irgendwie noch nicht Okay Dann Wird das wahrscheinlich auch noch Ich glaube das ist jetzt hier so mehr Eine Den Hauptmann der Templer finden Und das Tagebuch beschaffen Ähm Moment Darf ich jetzt eigentlich gesehen werden oder nicht? Steht jetzt nichts da Ich Ich Weiß jetzt nicht Ich kann es mal versuchen Nur wenn es scheitert dann So komm Okay Die patrouillieren hier immer auf und ab Was haben wir denn hier so Mal gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um Mal sehen ob wir hier so Also schon mal nicht Ach irgendwie merkt man dass Jetzt hier ein bisschen älter geworden ist Mit seinen Geräuschen hier So Was? Kommst du da nicht hoch? Okay Laufen die eigentlich immer hier rum? Ich schätze mal ich muss da hoch Weil durchs Tor komme ich nicht mehr Achso da steht da dabei wahrscheinlich dann Okay Und So Gut man kann auch einfach auf die Karte gucken Das mache ich irgendwie so selten Und suche mir dann immer einen Weg Obwohl es immer Oh 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 Geh weg Geh weg Geh weg Obwohl es einem immer angezeigt wird Wo man hin muss Haut ab Ja da kann er sich nicht Sehr schön Wir sind wieder Ezio Ich kann mich gerade irgendwie nicht Wieso kann ich mich jetzt nicht vorwärts bewegen Nur mal so als dumme Frage Ja er bewegt sich Aber er kann gerade nicht gerade ausspringen Ja habe ich doch gedrückt Ach jetzt funktioniert es Okay Gut Ich frage mich immer warum das Erst noch ein paar Sekunden funktioniert Obwohl ich eigentlich richtig gedrückt Gedrückt habe Ezio Mach jetzt hier keinen Scheiß Ja Wir wollen hier ganz normal nach oben Und weiterlaufen Kann ich wohl Oh Das hat gesessen Okay Ezio weist uns Ähm Ezio Alter Ihr weist uns den Weg Ich hoffe mal Es wird ein bisschen erklärt Warum Wollen wir Alter Ihr sehen Okay Wenn das Ganze jetzt hier am Anfang bisschen verpeilt vorangeht dann wisst ihr woran das liegt ich bin ein bisschen verpeilt wie immer lässt du mich mal ab wann kann ich irgendwie gerade so kommt gleich mal gut alte ihr dann lauf voraus und sagt mir wo ich hin muss festhalten naja wie komme ich jetzt an euch vorbei ihr pfeifen ihr guckt ja dann ihr lauft ja nur bis hierhin und guckt mich dann an oder er kommt nicht auch gut ich versuch's mal oder kann er zu ja dass das geht schief das geht schief ich habe zu spät geschalten okay ich darf auf jeden Fall gesehen werden ich versuche es noch mal ich glaube das funktioniert nicht komm 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 geh hoch geh hoch sehr schön sehr schön sehr schön ach Leute müsst ihr mir jetzt wieder auf den Nerv gehen ja man hätte es schaffen können ohne gesehen zu werden hätte ich da schneller geschalten dann wäre ich da hochgekommen ohne dass sie mich noch entdeckt hätten so etius fallschirm benutzen um das dorf zu erreichen nach vorn springen und beim sturz fähig drücken okay ich hätte vielleicht ein bisschen später wenn sie fallschirm benutzen drücken sie fähig und gegner unter ihnen zu eliminieren aber dazu muss ich erstmal zu den gegnern kommen aber ich möchte eigentlich jetzt hier so ein bisschen auf dem dach landen die templar sammeln sich im dorf verfolgen sie mindestens einen von ihnen bis zu seinem ziel also darf ich die anderen töten ich glaube das wäre nicht so schlau aber mal gucken ich hoffe ich kriege das jetzt hin und scheitere jetzt nicht gleich hier am anfang versprechen kann ich natürlich nichts aber wir haben eigentlich schon mit dem fallschirm sind wir schon gut gelandet auf dem dach gelandet das heißt hier hoch ok er ist ja auch schon ganz schön in die jahre gekommen mitte 50 so 55 soll etius sein und assassin's creed revelations soll das letzte abenteuer von etius sein das letzte abenteuer mit etius finde auch ist es gut so da wir assassin's creed 2 hatten mit etius wir hatten assassin's creed brotherhood und jetzt haben wir assassin's creed revelations ich finde das ist genug 2012 soll dann der letzte assassin's creed teil erscheinen wird ja immer noch spekuliert wo der stattfindet so hau mal ab hier so kann ich dich packen das nicht aber ich kann dich von hinten erstechen woher hier hin so gut ich mach's ich mach's alter ihr mal nach und spring ein bisschen schräg so komm wohin gut ich frag mich jetzt auch woher der wusste dass er da unbeschadet rauskommt was ein Tempel mit einem Konterattentat eliminieren ok moment ich muss jetzt schon hier landen in ja ich ich die die Vielen Dank.